Hallo zusammen! Ich stelle euch hier das Spiel Eons End vor. Es ist ein kooperatives Deckbau-Kartenspiel für bis zu 4 Spieler mit einer angegebenen Spieldauer von bis zu 90 Minuten. In dem Spiel verteidigt ihr als Magier die letzte Festung der Menschheit und wie genau das funktioniert, das zeige ich euch in diesem Video. In der Spielbox findet ihr über 300 Karten, welche sich in verschiedene Arten unterteilen. Die Spielerkarten zu erkennen an der Rückseite mit den Kristallen in den vier Ecken unterteilen sich in drei Typen. Der Kartentyp ist dabei jeweils unten auf der Karte aufgedruckt, wobei man Kristalle, Zauber und Artefakte unterscheidet. Zur besseren Erkennbarkeit sind die drei Typen auch farblich voneinander in lila, gelb und blau abgegrenzt. Der Kartenname ist jeweils mittig abgedruckt und darunter die zugehörige Kartenfähigkeit. Da es sich um ein Deckbauspiel handelt, startet ihr mit einem bestimmten Satz an Startkarten. Diese Startdeckkarten haben unten rechts das Kürzel SD aufgedruckt. Alle anderen Karten, die keine Startkarten sind, müssen im Spielverlauf erst erworben werden. Die Kosten dafür sind oben rechts angegeben. Alle Karten haben daneben auch noch ein Kürzel neben dem Kartentypen aufgedruckt. Für das Grundspiel lautet dieses W1BA. Das Kürzel lautet für die Erweiterung aus den Tiefen W1E1 und für die Erweiterung das namenlose W1E2 sowie für Promokarten P. Diese Kürzel helfen unter anderem beim Spielaufbau und beim Sortieren der Karten. Für die Spielerkarten, die keine Startdeckkarten sind, liegt noch jeweils eine Auswahlkarte bei. Diese sind sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite als solche gekennzeichnet und werden nur beim Spielaufbau für eine erleichterte Zusammenstellung der Karten verwendet. Abgegrenzt von den Spielerkarten findet ihr noch die Erzfeindkarten, die sich auch durch einen anderen Kartenrücken unterscheiden. Die Erzfeindkarten zeigen ein Level von 1 bis 3 in den oberen Kartenecken. Der Kartenname und die Kartenkategorie ist ebenso auf der Oberseite der Karte angegeben und darunter der Karteneffekt. Bei der Kategorie Monster sind auch noch die Lebenspunkte des Monsters aufgedruckt. Daneben unterteilen sich die Erzfeindkarten in allgemeine und erzfeindspezifische Karten. Die erzfeindspezifischen Karten finden nur bei Einsatz des jeweiligen Erzfeindes Verwendung. Unten im Kartentyp ist dabei der Name des Erzfeindes angegeben. Neben dem Kartentypen findet ihr auch wieder unten das Kürzel zur Zuordnung der Karten. 13 Reihenfolgekarten bestimmen die Zugfolge im Spielverlauf und die vier Übersichtskarten zeigen die wichtigsten Spielschritte im Überblick. Um die Karten in der Spielbox zu sortieren, findet ihr noch mehrere Kartentrenner. Den Spielern stehen mehrere Magier zur Verfügung, wovon jeder ein eigenes Tableau mit sich bringt. Auch hier ist das Kürzel zur Zuordnung unten rechts aufgedruckt, denn die Erweiterungen führen ebenso neue Magier ein. Unter dem Namen des jeweiligen Magiers ist dabei Platz für einen Reihenfolgemarker und die Lebenspunkte. Für beides liegen separate Marker bei, für die Reihenfolgemarker sieben Stück und für die Lebenspunkte Marker in 1er und 5er Größe. Des Weiteren sind Angaben zu den Starthandkarten und dem Startdeck des Spielers aufgedruckt, als auch seine Spezialfähigkeit. Letztere kann er nutzen, wenn er die Energieleiste voll aufgeladen hat. Dies wird mit den Energiemarkern angezeigt. Am linken und rechten Rand findet ihr die Flächen für euren Nachziehstapel, also euer Kartendeck und euren Ablagestapel. Am oberen Rand ist Platz für vier Risse mit den Nummern von 1 bis 4. Für diese werden die Rissmarker verwendet, wobei die Risse 2 bis 4 auf der Vorderseite einen aktiven Riss zeigen und einen dunklen Riss auf der Rückseite. Der erste Marker zeigt auf beiden Seiten einen aktiven Riss. Die Symbole am oberen Rand der Magiertafel geben an, wie die Risse auszulegen sind. Für die Erzfeinde findet ihr ebenso Tableaus, die auf der Vorderseite Namen und Lebenspunkte des Erzfeindes angeben, sowie diverse Fähigkeiten und Sonderregeln. Empfohlene Kartensets zur Verwendung des Erzfeindes sind unten links aufgedruckt. Auf der Rückseite sind Angaben zum Schwierigkeitsgrad zu finden, auf einer Skala von 1 bis 10. Darunter sind noch besondere Spielaufbauregeln für den Erzfeind angegeben. Einige Erzfeinde bringen noch separate Tableaus oder spezielle Marker mit sich. Zu welchem Erzfeind das Tableau gehört, ist jeweils unten auf dem Tableau angegeben. Bei den Markern hingegen ist in der Regel der Erzfeind selbst abgebildet. Auf zwei Drehscheiben erfasst ihr den Stand der Lebenspunkte des Erzfeindes und der Feste der letzten Ruhe. Abschließend liegen noch zwölf Zeitmarker bei, um als Countdown für die Pläne des Erzfeindes zu dienen. Zum Spielaufbau wählt jeder Spieler von euch einen Magier und legt das zugehörige Tableau vor sich aus. Darauf aufgedruckt ist eure Starthand und euer Startdeck. Die unter der Starthand aufgeführten Karten suchen die Spieler heraus und nehmen sie in der angegebenen Anzahl direkt auf die Hand. Hier beispielsweise die Karte Smaragdscherbe, drei Splitter und einen Funken. Die unter Startdeck aufgeführten Karten werden ebenso herausgesucht und dann sortiert links neben das Tableau gelegt. Dabei gibt die Reihenfolge die Sortierung an. Was links steht, liegt oben. Was rechts steht, liegt unten. Beispielsweise sind hier rechts zwei Funken angegeben. Die beiden Karten werden als erstes nach unten gelegt. Links daneben stehen drei Splitterkarten, die dann entsprechend auf den Funken platziert werden. Was links steht, liegt also oben auf dem Nachziehstapel und was rechts steht, unten. Zu beachten ist, dass die Karten hier nicht gemischt werden. Sie sollen exakt in der sortierten Reihenfolge ausgelegt werden. Zum Spielaufbau erhalten die Spieler vorwiegend Splitterkristall und funken Zauberkarten sowie mindestens eine einzigartige Karte, die zu dem jeweiligen Magier gehört. Die einzigartige Karte bei der Magierin Kadir ist beispielsweise die Smaragdscherbe. Jeder Spieler nimmt sich nun vier Rissmarker und legt sie wie oben auf seinem Tableau angegeben aus. Von eins links bis vier rechts. Ist der Riss auf der aktiven gelben Seite, ist das Symbol hier aufgedruckt. Ist er hingegen auf der dunklen Seite, ist ein vierteiliges Quadrat abgebildet. In diesem ist analog zum Rissmarker ein Teil gelb gehalten. Genau in dieser Ausrichtung legt ihr den Marker aus. Beispielsweise muss Kadir beim zweiten Riss den Marker mit der dunklen Seite so auslegen, dass die gelbe Seite nach links zeigt. Im Anschluss legen die Spieler dann noch jeweils zehn Lebenspunkte auf ihr Magiertableau. Danach werden in der Tischmitte die Vorräte ausgelegt, welche sich aus neun Kartenstapeln zusammensetzen. Die Vorräte bestehen dabei immer aus vier unterschiedlichen Stapeln von Zaubern, drei unterschiedlichen Stapeln von Kristallen und zwei unterschiedlichen Stapeln von Artefakten. Jeder Stapel besteht dabei aus allen Karten des gleichen Namens. Bei Kristallen sind das dann jeweils sieben Karten pro Stapel, bei Artefakten und Zaubern fünf. Die Auswahl der Karten könnt ihr entweder gezielt vornehmen oder wenn ihr die Karten zufällig bestimmen möchtet, die Auswahlkarten verwenden. Beispielsweise in dem Sinne, dass ihr alle Kristallauswahlkarten mischt und zufällig drei zieht. Für die ersten Partien sind in der Anleitung zwei empfohlene Vorratzusammenstellungen aufgeführt. Im Anschluss wählt ihr den Erzfeind aus, gegen den ihr kämpfen möchtet. Um die Auswahl zu erleichtern, könnt ihr euch am Schwierigkeitsgrad auf der Rückseite orientieren. Das Tableau des Erzfeindes legt ihr dann mit der Vorderseite nach oben aus. Daneben lasst ihr dann noch etwas Platz für den Erzfeindstapel und darunter für die Auslage. Ihr baut dann den Erzfeindstapel zusammen, dieser besteht immer aus den allgemeinen Karten und den speziellen Karten des Erzfeindes. Die allgemeinen Karten sortiert ihr entsprechend der drei Level in drei Stapel und mischt dann jeden Stapel separat durch. Von jedem Stapel zieht ihr dann so viele Karten, wie es den Angaben in der Spielanleitung für die zugehörige Spieleranzahl entspricht. Beispielsweise nehmt ihr bei zwei Spielern drei Level 1 Karten, fünf Level 2 Karten und sieben Level 3 Karten. Die gezogenen Karten werden wieder getrennt nach ihren Leveln bereitgelegt, die übrigen Karten kommen zurück in die Spielbox. Die Erzfeind spezifischen Karten werden ebenso nach den drei Leveln in drei Stapel sortiert. Im Anschluss mischt ihr dann alle speziellen Karten eines Levels mit den jeweils vorbereiteten Levelstapel allgemeiner Karten zusammen. Die so gemischten drei Stapel legt ihr dann übereinander aus und zwar so, dass der Level 3 Stapel unten liegt, der Level 2 Stapel draufgelegt wird und dann ganz oben der Level 1 Stapel liegt. Dieser gesamte Stapel wird jetzt nicht mehr gemischt und links neben den Erzfeind gelegt. Sollten auf der Rückseite des Erzfeindes noch Spielaufbauanweisungen aufgedruckt sein, handelt ihr diese nun entsprechend der Angaben auf dem Erzfeind-Tableau ab. Beispielsweise gibt es bei der Hassgeburt spezielle Schlagkarten, die als separater Stapel gemischt bereitgelegt werden müssen. Darüber hinaus bringt die Hassgeburt noch Wutmarker mit sich, wovon sie zum Spielaufbau schon einen auf ihr Tableau erhält. Das Drehrad für den Erzfeind wird auf so viele Lebenspunkte gesetzt, wie es auf dem Erzfeind-Tableau angegeben ist. Die Feste erhält 30 Lebenspunkte. Jeder Spieler erhält dann noch ein zufälliges Reihenfolgeplättchen von 1 bis 4. Neben weniger als 4 Spielerteil werden entsprechend weniger Marker verteilt, beispielsweise im Zweispielerspiel nur die Marker mit der 1 und 2. Alternativ könnt ihr für ein schwierigeres Spiel mit 3 Spielern auch das keine Wahl-Reihenfolgeplättchen verwenden und dies zufällig an einen Spieler ausgeben. Dieses Plättchen wird dabei zusätzlich zu den Markern 1 bis 3 verteilt, das heißt ein Spieler hat ein Reihenfolgeplättchen mit einer Zahl und das keine Wahlplättchen. Soll das Spiel leichter werden, könnt ihr im Vierspielerspiel anstelle der Reihenfolgeplättchen 1 bis 4 die kombinierten Reihenfolgeplättchen mit der 1 und 2 sowie der 3 und 4 verwenden. Diese werden dann noch nicht auf dem Magier-Tableau, sondern zwischen zwei Spielern ausgelegt. Sind die Reihenfolgeplättchen verteilt, baut ihr das Reihenfolgedeck zusammen, wobei die Zusammenstellung von der Anzahl der Spieler abhängt. Ihr nehmt immer zwei Erzfeindkarten und fügt dann vier Spielerkarten hinzu. Im Vierspielerspiel sind es die Karten mit der 1 bis 4. Bei drei Spielern die Karten mit der 1 bis 3 sowie die Karte eure Wahl. Abschließend bei zwei Spielern sind es dann jeweils zwei 1er und zwei 2er Karten. Habt ihr euch für das leichtere Vierspielerspiel entschieden, verwendet ihr statt der normalen Reihenfolgekarten die kombinierten Reihenfolgekarten. Die so zusammengestellten sechs Karten mischt ihr und legt sie dann als verdeckten Stapel aus. Die Zeit-, Energie- und Lebensmarker legt ihr dann noch als allgemeinen Vorrat bereit. Bevor das Spiel losgeht, sollten sich die Spieler die besonderen Regeln auf der Vorderseite des Erzfeindes durchlesen. Damit ist der Spielaufbau dann auch beendet und das Spiel kann beginnen. Das Spiel ist ein kooperatives Spiel, das bedeutet ihr gewinnt und verliert alle gemeinsam. Ihr gewinnt, wenn ihr das Leben des Erzfeindes auf 0 reduziert oder wenn am Ende eines Zuges der Erzfeindstapel aufgebraucht ist und keine Monster und Pläne mehr in der Auslage des Erzfeindes liegen. Auf der anderen Seite verliert ihr sofort, wenn die Feste keine Lebenspunkte mehr hat oder alle Magier erschöpft sind. Das Spiel läuft dabei wie folgt ab. Die Zugreihenfolge wird vom Reihenfolgestapel bestimmt. Zu Beginn eines Zuges wird dafür eine Reihenfolgekarte aufgedeckt. Wenn es eine Spielerreihenfolgekarte ist, führt der Spieler mit dem zugehörigen Reihenfolgeplättchen seinen Zug durch. Sollte hingegen eine eure Wahlkarte gezogen werden, handelt ein Spieler eurer Wahl einen Zug ab. Spielt ihr mit der schwierigeren Drei-Spieler-Variante, dürft ihr bei der Karte nicht frei wählen, wer zielt. Es zieht dann der Spieler, der das zusätzliche Keine-Wahl-Reihenfolgeplättchen erhalten hat. Nach seinem Zug gibt er diesen Reihenfolgemarker dann an den nächsten Spieler im Uhrzeigersinn weiter. In der einfacheren Vierspieler-Variante überprüfen die Spieler, ob das zugehörige kombinierte Plättchen noch zwischen zwei Spielern liegt. Wenn ja, dürfen diese beiden Spieler nun entscheiden, wer am Zug ist. Danach legt der Spieler, für den sich entschieden wurde, das Plättchen auf sein Magiertableau. Wird später erneut die zugehörige Reihenfolgekarte gezogen, ist dann ohne, dass die Spieler eine Wahl haben, der andere Spieler am Zug. Im Anschluss wird das Plättchen dann wieder zwischen die Spieler gelegt. Wird die Erzfeind-Reihenfolgekarte aufgedeckt, handelt der Erzfeind einen Zug ab. Wird ein Spielerzug abgehandelt, besteht dieser immer aus drei Schritten. Zauber wirken, Aktionen ausführen und Karten ziehen. Im ersten Schritt wirkt der Spieler die Zauber, die an seine Risse gebunden sind. Danach führt er im zweiten Schritt Aktionen in beliebiger Reihenfolge aus und im dritten Schritt legt er alle ausgespielten Artefakte und Kristalle aus seinem Spielbereich auf den Ablagestapel. Er zieht im Anschluss dann so viele Karten nach, bis er wieder fünf auf der Hand hält. Ist der Nachziehstapel leer, dreht er den Ablagestapel um und nutzt diesen als neuen Nachziehstapel. Von dort zieht der Spieler dann die restlichen Karten auf seine Hand, bis er fünf Karten auf seiner Hand hält. Im ersten Schritt, dem Wirken eines Zaubers, wirkt der aktive Spieler in einer beliebigen Reihenfolge die Zauber auf seinen Rissen. Voraussetzung für das Zaubern ist das Binden der Zauber an die vier Risse, wobei jeder Riss einen Zauber beherbergen kann. Im zweiten Schritt des Spielerzuges, auf den ich später detaillierter eingehe, können die Spieler die Zauberkarten an die Risse binden. So gebundene Zauber können dann in dem folgenden Spielerzug im ersten Schritt gewirkt werden. Die Zauber auf aktiven Rissen können die Spieler optional wirken, sie müssen es aber nicht. Das heißt, sie können die Zauber auf den aktiven Rissen auch liegen lassen. Die Zauber auf den dunklen Rissen hingegen müssen die Spieler wirken, das heißt am Ende des ersten Schrittes dürfen also keine Zauber mehr auf dunklen Rissen liegen. Die Reihenfolge der Nutzung der Zauber steht den Spielern frei. Sie dürfen aber nur Zauber von den Rissen wirken und nicht von ihrer Hand. Um einen Zauber zu wirken, legt man diesen direkt auf den Ablagestapel und führt dann die unter Wirken aufgeführten Effekte der Karte aus. Einige Karten haben dabei Zusatzkosten aufgeführt, die man freiwillig zahlen kann, um den Effekt zu verstärken. Beispielsweise hier das Abwerfen eines Kristalls, um den Schaden nochmal um die Kosten des Kristalls zu erhöhen. Das Zahlen dieser Extra-Kosten ist aber optional. Die Feuerpeitsche hier würde vier Schaden hinzufügen, plus einen weiteren Schaden, weil die Karte von dem aktiven Riss 3 gespielt wurde. Die Risse 3 und 4 erhöhen nämlich, wenn sie aktiv sind, den Schadenswert um 1. Teilweise lassen einige Spieleffekte auch zu, dass man den Zauber eines anderen Spielers wirken kann. In dem Fall handelt man den Zauber ab, als würde man ihn selbst wirken. Also alle Worte mit Du, Deiner, Wähle, Erhalte und so weiter beziehen sich nun auf den Spieler, der den Zauber stattdessen wirkt. Als Ausnahme dazu, wenn sich ein Effekt eines Zaubers auf bestimmte Risse bezieht, geht es um die tatsächlichen Risse des anderen Spielers. Daneben, wenn man einen Zauber eines anderen Spielers wirkt, legt man diesen auf den Ablagestapel des Spielers, dem der Zauber gehört. Der Spieler behält die gewirkte Zauberkarte also in seinem Deck. Wenn man mit einem gewirkten Zauber Schaden zufügt, ist dies entsprechend mit Füge X Schaden zu angegeben. Jeder so lautende Kartentext ist dabei eine eigene Schadensquelle, für die man genau ein Ziel auswählen muss, das den aufgedruckten Schaden erhält. Der Schaden aus einer Quelle kann dabei nie aufgeteilt werden, es sei denn, es ist explizit angegeben. Man kann den Schaden entweder dem Erzfeind hinzufügen, dann dreht man seinen Lebensanzeiger entsprechend des zugefügten Schadens nach unten oder einem Monster. Sollte der Erzfeind danach null Leben haben, ist das Spiel gewonnen. Fügt man einem Monster den Schaden zu, entfernt man entsprechend der Schadenshöhe Lebenspunkte vom Monster. Sollte es danach keine Lebenspunkte mehr übrig haben, ist es besiegt und wird auf den Ablagestapel des Erzfeindes gelegt. Einige Karten haben einen Plus X Schadenseffekt. Diese Zusatzeffekte können häufig mit dem Erfüllen einer bestimmten Bedingung aktiviert werden. Beispielsweise bei der rechten Karte hier Plus 2 Schaden beim Abwerfen einer Energie. Dies ist aber keine eigene Schadensquelle, sondern verstärkt nur den zuvor genannten Schadenseffekt. Karten, die auf den aktiven Rissen 3 oder 4 liegen, erhalten einen Schadensbonus von Plus 1. Den gesamten Schaden darf man dann einem Ziel zuweisen, entweder dem Erzfeind oder einem Monster. Sollte ein Karteneffekt beispielsweise besagen, füge einem Monster 2 Schaden zu und danach füge einem anderen Monster oder dem Erzfeind 2 Schaden zu, sind dies zuallererst 2 verschiedene Schadensquellen. Liegen diese auf einem aktiven Riss 3 oder 4, werden beide Schadensquellen jeweils um 1 Schaden durch den Riss erhöht. Das heißt, der Spieler fügt einem Monster 2 plus 1, also 3 Schaden zu und danach 2 plus 1 gleicht 3 Schaden einem anderen Monster oder dem Erzfeind. Selbst Zauber, die kein Schaden hinzufügen, erhalten den Plus X Schadensbonus. Der Spieler würde bei dieser Karte hier und bei Wahl des unteren Wirkeneffekts auch noch einen Schaden zufügen. Alternativ könnte er sich natürlich für den oberen Wirkeneffekt entscheiden, dann würde er 1 plus 1 gleich 2 Schaden zufügen. Hat der aktive Spieler das Wirken seiner Zauber abgeschlossen, führt er im zweiten Schritt seines Zuges seine Aktionen aus. Diese darf er in einer Reihenfolge seiner Wahl und so oft er kann und möchte ausführen. Hierbei stehen mehrere Optionen zur Verfügung. Die Spieler können einen Kristall von ihrer Hand in ihren Spielbereich spielen. Die Kristalle sind dabei die Hauptquelle für Ethereum, der Währung des Spiels. Das im Zug generierte Ethereum kann man beliebig ausgeben, man darf es aber nicht ansparen. Das heißt, am Ende des Zuges verfällt alles Ethereum aus dem Spielbereich, das man nicht genutzt hat. So könnte man beispielsweise eine Kristallkarte von seiner Hand loswerden, um später im dritten Schritt mehr Karten nachziehen zu können. Alternativ zum Ausspielen eines Kristalls kann man ein Artefakt von seiner Hand in seinen Spielbereich legen. Diese liefern dann sofort den aufgedruckten Effekt. Die Effekte müssen dabei vollständig ausgeführt werden. Die ausgespielten Kristalle oder Artefakte bleiben dabei erst einmal vor dem Spieler im Spielbereich liegen und gehen nicht direkt auf den Ablagestapel. Dies passiert erst später im Schritt 3 des Zuges. Ähnlich zu den Zaubern können manche Karten auch extra Kosten haben, die optional beglichen werden können, um einen Zusatzeffekt zu erhalten. Beispielsweise beim glühenden Opal das optionale Abwerfen einer Karte, damit ein anderer Spieler eine Karte ziehen kann. Neben dem Ausspielen von Kristallen und Artefakten kann man als Aktion eine neue Karte erwerben. Dafür bezahlt man die auf der aus den Vorräten zu erwerbenden Karte aufgeführten Kosten mit den im Spielzug beispielsweise durch Kristalle erhaltenen Ethereum. Man darf dabei eine beliebige Karte aus dem Vorrat zum Kauf wählen, solange man die Kosten oben rechts bezahlen kann. Die erworbene Karte geht dann sofort in den eigenen Ablagestapel. Beispielsweise hätte der Spieler hier 5 Ethereum generiert, dafür könnte er Karten bis zu einem Preis von 5 kaufen. Er kann die Aktion kaufen auch mehrfach in seinem Zug ausführen und so das erhaltene Ethereum in seinem Zug auch aufteilen. Für 3 Ethereum könnte er beispielsweise den Bernstein kaufen und diesen auf seinen Ablagestapel legen. Im Anschluss hat er noch 2 Ethereum übrig und könnte mit einer weiteren Kaufenaktion den Jade Kristall kaufen. Zu beachten ist, dass manche Karten ein exklusives Ethereum generieren, das man nur zum Erwerb spezieller Kartentypen verwenden darf. Beispielsweise der Flammenrubin, der 2 Ethereum generiert und daneben noch ein weiteres Ethereum, das aber nur zum Erwerb von Zaubern eingesetzt werden kann. Einige Karten haben Effekte aufgeführt, die besagen einmalig beim Erwerb. Diese treten nur ein, wenn man die Karte erwirbt und danach nie wieder. Beispielsweise erhält ein Spieler bei Erwerb des Ahats einmalig eine Energie. Für eine Aktion kann man auch eine Energie erhalten, indem man 2 Ethereum bezahlt. Die Energie legt man dann in Form eines Markers auf ein freies Feld seiner Energieleiste. Zu beachten ist, dass man nie mehr Energie besitzen darf, als die Leiste Felder hat. Sobald ein Spieler seine Energieleiste vollständig mit Energie geladen hat, darf der Spieler seine Spezialfähigkeit zum aufgedruckten Zeitpunkt nutzen. Wenn ein Spieler seine Fähigkeit genutzt hat, wirft er alle seine Energie wieder ab. Die Fähigkeit kann im Spielverlauf dann nochmal genutzt werden, allerdings muss die Energieleiste für jede Nutzung immer voll aufgeladen werden. Des Weiteren kann ein Spieler mit einer Aktion einen dunklen Riss bündeln. Dazu gibt man die oben mittig im Pfeil aufgeführten Bündelkosten aus und dreht ihn um eine Viertelumdrehung im Uhrzeigersinn. Man darf Risse auch mehrfach bündeln, wenn man es bezahlen kann. Beispielsweise könnte der Spieler hier beim zweiten Riss 2 Ethereum ausgeben, um diesen einmal zu bündeln. Beim dritten und vierten Riss kostet das Bündeln dann jeweils drei oder vier Ethereum. Hätte der Spieler beispielsweise sechs Ethereum, könnte er auch zweimal den dritten Riss bündeln. Welchen Riss ein Spieler bündelt, ist dabei dem Spieler überlassen. Er muss sich nicht an die Reihenfolge eins bis vier halten. Sollte der gelbe Bereich oben liegen, wenn man den dunklen Riss bündelt, aktiviert man ihn nach Zahlen der Kosten. Das heißt, man dreht ihn um. Mit dem Bezahlen von zwei Ethereum könnte man beispielsweise den zweiten Riss einen Weitriss mal bündeln, um ihn damit zu aktivieren. Alternativ zum Bündeln eines dunklen Risses kann man mit einer Aktion den dunklen Riss auch direkt aktivieren. Die Kosten dafür stehen immer oben mittig auf dem Riss. Je mehr ein Riss gebündelt ist, desto geringer sind die Kosten für die Aktivierung. Beispielsweise könnte der Spieler hier für die Kosten von sieben Ethereum den vierten Riss direkt aktivieren. Daneben kann man mit einer Aktion einen Zauber an einen aktiven oder im aktuellen Spielerzug gebündelten dunklen Riss binden. Wie vorab erwähnt, bevor man einen Zauber im Schritt 1 des Spielerzuges wirken kann, muss man den Zauber auf der Hand haben und an einen Riss binden. Dabei darf man den Zauber nur an die aktiven Risse binden oder an einen dunklen Riss, wenn man diesen gerade erst in diesem Spielzug gebündelt hat. Zum Beispiel haben wir hier den dritten Riss gerade gebündelt, das heißt wir dürfen hier auch einen Zauber binden. Zur Erinnerung an die dunklen Risse gebundene Zauber müssen im nächsten Spielerzug ausgeführt werden. Das Abhandeln der Zauber auf den aktiven Rissen ist hingegen optional. An jeden Riss darf maximal ein Zauber gebunden werden und man darf Zauber nur an seine eigenen Risse binden. Dort liegen die Zauber dann, bis sie zu einem späteren Zeitpunkt gewirkt werden. Zu beachten ist, dass manche Zauber an zwei aneinandergrenzende Risse gebunden werden müssen. Dann liegt ein Zauber auf zwei Rissen und blockiert damit also beide Risse. Aneinandergrenzend heißt also zwischen 1 und 2 oder 2 und 3 oder 3 und 4. Einige Zauber haben besondere Effekte, wenn sie an einen Riss gebunden sind. Dies ist dann entsprechend mit dem Wort gebunden aufgeführt. Die Effekte geben dabei an, wann und wie oft sie verwendet werden können. Dies kann beispielsweise auch schon direkt nach dem Binden an einen Riss der Fall sein. Beispielsweise würde man bei der Karte hier durch den gebunden Effekt im dritten Schritt Karten ziehen, eine Karte mehr ziehen. Man kann als weitere Aktion noch einen Plan vom Erzfeind verhindern. Im Spielverlauf wird man mit Plänen der Erzfeinde konfrontiert, wobei viele davon verhindert werden können. Um den Plan zu verhindern, muss man das abhandeln bzw. bezahlen, was auf dem Plan unter Verhindern aufgeführt ist. Wenn man das getan hat, wird der Plan auf den Ablagestapel des Erzfeindes gelegt. Beispielsweise kann ein Spieler beim linken Plan drei Karten seiner Wahl von der Hand abwerfen, um den Plan zu verhindern. Die Aktionen kann man dabei wie erwähnt beliebig oft und in beliebiger Reihenfolge durchführen, solange man dies kann. Also Kristalle oder Artefakte ausspielen, Karten oder Energie kaufen, einen Riss bündeln oder aktivieren, einen Zauber binden oder einen Plan verhindern. Sind die Aktionen abgehandelt, zieht der Spieler im dritten Schritt Karten auf. Dabei geht er in folgender Reihenfolge vor. Als erstes räumt er die Karten aus seinem Spielbereich ab. Die zusammengeräumten Karten legt man in einer Reihenfolge seiner Wahl auf den Ablagestapel. Da der Ablagestapel nie gemischt wird, ist die Reihenfolge des Ablegens von Bedeutung. Die Karten, die zuerst abgelegt werden, sind später wieder die Karten, die man früher zieht. Kristalle, Artefakte und Zauber, die sich noch auf der Hand befinden, muss man auch auf der Hand behalten. Nach dem Ablegen zieht man wieder auf fünf Karten auf. Hat man beispielsweise noch eine Karte auf der Hand, zieht man vier Karten nach. Sollte das Nachziehdeck leer sein, wenn man Karten ziehen muss, dreht man den Ablagestapel ungemischt um und legt ihn als neuen Nachziehstapel aus. Etwaige verbleibende Karten zieht man dann vom neuen Stapel. Dies wird auch außerhalb des dritten Spielerschrittes so gehandhabt, wenn der Nachziehstapel leer ist und man eine Karte ziehen muss. Da der Ablagestapel einfach nur umgedreht wird, ist es auch entscheidend, in welcher Reihenfolge die Spieler ihre Karten ablegen. Daneben wird der Ablagestapel nie gemischt, es sei denn ein Spieleffekt besagt ausdrücklich etwas anderes. Im Spielverlauf darf man sich jederzeit seinen Ablagestapel ansehen, man darf diesen aber nicht neu sortieren. Das Durchschauen des Nachziehstapels ist hingegen nicht erlaubt. Hat man zu Beginn des dritten Schrittes bereits fünf oder mehr Karten auf der Hand, zieht man keine neuen Karten nach. Daneben gibt es im Spiel kein Handkartenlimit, überzählige Karten muss man nicht abwerfen. Das als Überblick zum Spielerzug. Im Unterschied zum Spielerzug besteht ein Erzfeindzug aus zwei Schritten. Im ersten Schritt werden die Effekte von Monstern und Plänen in der Auslage des Erzfeindes aktiviert und im zweiten Schritt zieht man eine neue Erzfeindkarte vom Erzfeindstapel und handelt sie ab. Im ersten Schritt wird die Auslage von links nach rechts abgehandelt, also von der ältesten Karte zur neuesten. Ist es eine Monsterkarte, führt diese einen Ansturm durch. Damit fügt das Monster in der Regel Schaden zu oder handelt andere negative Effekte ab. Ist es ein Plan, entfernt man einen Zeitmarker von diesem. Auf den Plänen liegen die Zeitmarker als Countdown. Sollten dort nach dem Abhandeln des Plans keine Zeitmarker mehr liegen, wird der Plan ausgeführt. Im Anschluss zum Abhandeln des Plans wird der Plan auf den Erzfeind-Ablagestapel gelegt. Verschiedene Spieleffekte können den Spezialangriff oder Spezialeffekt des Erzfeindes auslösen, wie der gerade aktivierte Plan. Dieser Spezialeffekt ist auf dem Erzfeind-Tableau unter Spezial zu finden. Bei der Hassgeburt wird für jede Aktivierung des Spezialeffekts ein weiterer Wutmarker auf dem Erzfeind-Tableau platziert. Soll der Spezialeffekt aktiviert werden, ist dies immer mit dem Wort Spezial aufgeführt, gefolgt von einer Zahl. Die Zahl sagt dabei an, wie oft der Spezialeffekt nacheinander abgehandelt werden soll. Bei Spezial 2 beispielsweise zweimal hintereinander. Sollte durch die Karte des Erzfeindes Schaden zugefügt werden, stellt jedes Füge-X-Schaden zu eine eigene Schadensquelle dar, die genau ein Ziel treffen muss. Wem der Schaden zugefügt wird, ist in der Regel aufgelistet. Ist es ein Spieler, entfernt der Spieler Lebenspunkte in Höhe des zugefügten Schadens. Ist es die Feste, werden die Lebenspunkte der Feste entsprechend reduziert. Fällt die Feste so auf 0 Lebenspunkte, habt ihr sofort verloren. Landet ein Spieler auf 0 Lebenspunkten, ist er nun erschöpft. Wenn ein Spieler erschöpft ist, wird der Spezialangriff des Erzfeindes zweimal hintereinander ausgeführt. Einer der Risse des Spielers, aktiv oder dunkel, wird ausgewählt und zerstört. Das heißt, er wird zurück in die Spielschachtel gelegt. War ein Zauber an diesen Riss gebunden, wird dieser auf den Ablagestapel gelegt. Danach wirft der erschöpfte Spieler alle seine Energiemarker ab. Sollte noch Schaden übrig sein aus der Quelle, die den Spieler erschöpft werden ließ, muss hier ausnahmsweise der Schaden aufgeteilt werden und auf die Feste der letzten Ruhe gehen. Dieser überschüssige Schaden wird dann auch noch verdoppelt. Das heißt, hätte die Magierin hier nur noch einen Lebenspunkt und zwei Schaden erhalten, würde ein Schadenspunkt überbleiben, der verdoppelt wird, also zwei Schaden, die auf die Feste gehen. Ab dem Zeitpunkt gilt dann, dass der Spieler weiterhin am Spiel teilnimmt, aber keinen Schaden mehr erhalten kann. Aller Schaden, der dem erschöpften Spieler zugefügt wird, landet immer direkt auf der Feste der letzten Ruhe und dabei wird er immer verdoppelt. Zu beachten ist, dass erschöpfte Spieler aber nie gewählt werden können, wenn man nach dem Spieler mit den geringsten Leben gefragt wird. Sollten alle Spieler erschöpft sein, habt ihr sofort verloren. Nachdem im ersten Schritt alle Effekte aus der Auslage des Erzfeindes abgehandelt wurden, handelt man im zweiten Schritt die Erzfeindaktion ab. Dafür zieht man die oberste Erzfeindkarte und führt die Anweisungen darauf aus. Wenn der Erzfeindstapel zu diesem Zeitpunkt aber leer ist, führt man stattdessen dreimal den Spezialeffekt durch. Sollte der Stapel aber leer sein und es liegt keine Karte mehr in der Auslage, habt ihr sofort gewonnen. Dann muss auch nicht mehr der dreifache Spezialangriff abgehandelt werden. Bei den Erzfeindkarten gibt es drei Kategorien, Angriff, Monster und Pläne. Zieht ihr einen Angriff, müsst ihr die Karte sofort von oben nach unten abhandeln und legt sie danach ab. Zieht ihr ein Monster, überprüft ihr, ob das Monster einen Sofort-Effekt hat, den man entsprechend umgehend abhandeln muss. Im Anschluss legt man dann das Monster in die Auslage. Rechts nehmen die zuletzt gelegte Karte und platziert so viele Lebensmarker auf dem Monster, wie auf diesem angegeben sind. Beachtet, dass ein Ansturm eines Monsters im zweiten Schritt nicht ausgeführt wird. Dies passiert nur im ersten Schritt des Erzfeindzuges. Zieht ihr einen Plan, prüft ihr auch hier, ob etwaige Sofort-Effekte abzuhandeln sind. Danach geht der Plan in die Auslage. Wieder rechts nehmen die zuletzt gelegte Karte. Jeder Plan hat dabei das Wort Zeit aufgelistet und eine Zahl, die darauf folgt. Die hier genannte Zahl besagt, wie viele Zeitmarker ihr direkt auf den Plan legen müsst. In diesem Beispiel hier einen Zeitmarker. Auch Pläne werden noch nicht direkt ausgeführt. Dies geschieht erst, wenn im ersten Schritt des Erzfeindzuges der letzte Zeitmarker entfernt wurde. Kurz zusammengefasst, im ersten Schritt des Erzfeindzuges handelt man die Auslage von links nach rechts ab. Im zweiten Schritt zieht man dann eine neue Karte. Ist es ein Monster oder ein Plan, legt man diesen rechts in die Auslage. Monster befüllt man noch mit Lebensmarkern und Pläne mit Zeitmarkern. Angriffe hingegen werden sofort ausgelöst und auf den Ablagestapel gelegt. Nachdem im zweiten Schritt der Erzfeind seine Aktion abgehandelt hat, werden nun etwaige Effekte des Erzfeindes aktiviert, die sich auf das Ende des Erzfeindzuges beziehen. Die Hassgeburt beispielsweise schlägt am Ende des Erzfeindzuges zu, wenn sie vier oder mehr Wut hat. Was genau das Zuschlagen bedeutet, ist unter den Sonderregeln aufgeführt. Das Spiel wird dabei wie gesagt durch die Reihenfolgekarten bestimmt, die angeben, ob ein Spieler oder der Erzfeind am Zug ist. Ist das Reihenfolgedeck durchgespielt und der letzte Zug abgehandelt, wird das Reihenfolgedeck genommen und einmal durchgemischt. Es wird dabei so lange weitergespielt, bis die Spieler den Sieg errungen haben oder verloren haben. Zum Abschluss noch ein paar Grundregeln. Ausgespielte Karten müssen so weit wie möglich immer vollständig abgehandelt werden, bevor die nächste Karte ausgespielt bzw. Erzfeindkarte abgehandelt wird. Jeder Absatz auf den Karten ist dabei ein einzelner Effekt, den man vollständig abhandeln muss, bevor man zum nächsten Absatz übergeht. Beispielsweise hat diese Karte hier drei Absätze, die von oben nach unten abgehandelt werden. Sollte ein Oder auf der Karte aufgeführt sein, muss man sich für eine der aufgeführten Optionen entscheiden. Wenn das Wort gerade in Effekten aufgeführt ist, ist damit euer gerade gespielter Spielerzug gemeint. Sollte man Karten abwerfen oder ablegen müssen, werden diese immer sofort auf den Ablagestapel gelegt. Ebenso werden erworbene Karten direkt auf den Ablagestapel gelegt. Wenn eine Karte den Effekt Zerstören aufgeführt hat, wird die Karte allerdings zerstört und geht komplett aus dem Spiel raus. Diverse Effekte erlauben es auch erlittenen Schaden zu heilen. Dabei ist es nicht möglich, über das jeweilige Maximum zu heilen. Ein Rissmagier, der beispielsweise mit zehn Leben gestartet ist, kann also maximal auf zehn Leben geheilt werden. Ist ein Spieler aber bereits erschöpft, kann er nicht mehr geheilt werden. Ist das Wort insgesamt aufgeführt, nehmt ihr als Gruppe so viel wie angegeben auf euch und verteilt es unter euch nach freier Wahl. Beispielsweise müssen die Spieler hier so viele Karten abwerfen, wie die Hassgeburt Wut auf sich liegen hat. Wer von den Spielern wie viele Karten abwirft, dürfen die Spieler entscheiden. Viele Spieleffekte erlauben es daneben, nach eigener Wahl etwas abzuhandeln. In dem Fall darf der Spieler entscheiden, was oder wen er wählt. Sollte es bei einer Wahl eine Einschränkung geben, muss diese Beschränkung beachtet werden. Bei Gleichständen dieser Beschränkungen darf man frei wählen, was oder wer von dem am Gleichstand Beteiligten betroffen ist. Darf man einen Spieler auswählen, darf man auch sich selbst wählen. Muss man aber andere Spieler auswählen, darf man sich nicht selbst wählen. Sollte auf der Karte das Wort dauerhaft angegeben sein, ist der Karteneffekt so lange aktiv, wie die Karte im Spiel ist. Das als Überblick zu den Spielregeln, im Folgenden zeige ich noch eine Beispielrunde. Das Spiel ist hier bereits für zwei Spieler aufgebaut und wir treten gegen den Erzfeind Hassgeburt an. Als erstes decken wir eine Karte vom Reihenfolgedeck auf. Dies ist eine 2, entspricht also unserem Reihenfolgemarker. Damit sind wir auch als erstes am Zug und im ersten Schritt dürfen wir Zauber wirken. Da aber zum Spielbeginn noch keine Zauber auf unseren Rissen ausliegen, überspringen wir diesen Schritt. Als nächstes dürfen wir Aktionen ausführen und wir entscheiden uns dreimal hintereinander eine Splitterkarte auszuspielen. Jede Karte generiert dabei ein Ethereum und im Anschluss entscheiden wir uns noch unsere Scherbe auszulegen. Mit dieser können wir entweder noch ein Ethereum generieren oder einen anderen Spieler wählen und einen seiner gebundenen Zauber wirken. Da unsere Kameradin noch keinen gebundenen Zauber hat, entscheiden wir uns natürlich für das Ethereum. Somit haben wir 4 Ethereum generiert und entscheiden uns einen Rohdiamanten zu kaufen, der sofort auf unseren Ablagestapel geht. Im Anschluss entscheiden wir uns dann noch unseren Funken als Zauber zu binden und zwar an den ersten aktiven Riss. Unser Zug geht aufs Ende zu, wir legen dann die gespielten Kristallkarten auf den Ablagestapel. Dabei können wir uns für eine Reihenfolge entscheiden und wir legen als erstes die Scherbe auf den Ablagestapel und danach die 3 Splitter. Im Anschluss ziehen wir nun wieder so viele Karten vom Nachziehstapel auf unsere Hand bis wir 5 Karten auf der Hand halten. Damit ist unser Zug beendet und die nächste Reihenfolgekarte wird aufgedeckt. Diesmal ist es eine Erzfeindkarte, das heißt der Erzfeind ist nun am Zug. Es liegen keine Karten in der Auslage, das heißt man geht auch hier direkt zum zweiten Schritt über. Es wird eine neue Erzfeindkarte gezogen und dabei handelt es sich um einen Plan mit einer Zeitangabe von 2. Das bedeutet, es werden zwei Zeitmarker auf die Karte gelegt. Der Plan kann von einem Spieler verhindert werden, wenn dieser 6 Ethereum bezahlt. Am Ende des Schrittes wird noch geprüft, wie viel Wut auf der Hassgeburt liegt. Bei 4 oder mehr Wut würde die Hassgeburt zuschlagen, dies ist hier aber nicht der Fall. Der Zug des Erzfeindes ist damit beendet und wir decken eine neue Reihenfolgekarte auf. Es wurde wieder eine 2 aufgedeckt, das heißt wir sind wieder am Zug. Diesmal haben wir einen Zauber auf einem unserer Risse gebunden und zwar den Funken, den wir nun wirken, um einen Schaden hinzuzufügen. Da noch keine Monster ausliegen, entscheiden wir uns den Schaden auf den Erzfeind zu geben, das heißt dieser reduziert seinen Lebenswert von 70 auf 69. Der erste Schritt des Zauberwirkens ist damit abgehandelt und wir gehen jetzt wieder zu den Aktionen über. In unserem Aktionsschritt spielen wir als erstes nacheinander unsere drei Splitter aus, die jeweils ein Ethereum generieren. Mit den gewonnenen 3 Ethereum entscheiden wir uns unseren zweiten dunklen Riss zu aktivieren. Die Sofortaktivierung kostet dabei genau 3 Ethereum, das heißt wir dürfen den Riss nun auf die aktive Seite umdrehen. Da an jeden Riss immer nur ein Zauber gebunden werden kann, können wir nun mit zwei aktiven Rissen zwei Zauber binden. Das passt ganz gut, denn wir haben zwei Funken auf der Hand, wobei wir einen Funken auf den ersten Riss und einen zweiten auf den zweiten Riss spielen. Die gespielten Kristallkarten legen wir nun auf den Ablagestapel und wir müssen nun wieder auf fünf Karten aufziehen. Da der Nachziehstapel leer ist und wir Karten ziehen müssen, drehen wir nun unseren Ablagestapel um und legen ihn als neuen Nachziehstapel aus. Von diesem ziehen wir dann fünf Karten für unseren nächsten Zug auf die Hand. Unser Zug ist beendet und die nächste Reihenfolgekarte wird aufgedeckt. Es wurde die Eins gezogen, das heißt unsere Mitspielerin ist jetzt am Zug. Kein Zauber ist an den Rissen gebunden, das heißt es geht gleich zu den Aktionen über. Bei diesen entscheidet sie sich vier Splitter hintereinander auszuspielen, das generiert dann jeweils ein Ethereum, in Summe also vier Ethereum. Für die Kosten von vier entscheidet sie sich dann eine neue Zauberkarte zu kaufen und zwar die Karte Entzünden. Den Zauber auf ihrer Hand spielt sie noch aus und bindet ihn an den ersten Riss. Die gespielten Splitter werden dann abgelegt, die Reihenfolge bei vier gleichen Karten ist dabei egal. Für den folgenden Zug werden dann wieder fünf Karten auf die Hand gezogen. Vom Reihenfolgedeck wird direkt die nächste Eins aufgedeckt, das heißt unsere Mitspielerin ist erneut am Zug. Sie wirkt ihrem Zauber auf dem ersten Riss, legt diesen ab und fügt dem Erzfeind dann einen Schaden zu. Daneben generiert die Karte ein Ethereum im folgenden Aktionen-Ausführen-Schritt. Sie spielt dann eine Splitterkarte von ihrer Hand aus, generiert ein weiteres Ethereum, hat in Summe damit also zwei generiert, für die zwei entscheidet sie sich mit einer Aktion einen Jade-Kristall zu erwerben. Da sie noch zwei weitere Splitter auf der Hand hat, kann sie noch zwei weitere Ethereum generieren, womit sie noch einen weiteren Jade-Kristall erwirbt. Ein ihrer Funken spielt sie dann noch an ihren aktiven Riss Nummer 1 aus. Die Splitter legt sie ab und für das anschließende Kartenziehen hat sie keinen Nachziehstapel mehr. Das heißt, sie dreht den Ablagestapel um und bildet so einen neuen Nachziehstapel. Da sie noch eine Karte auf der Hand hält, zieht sie nur vier Karten auf, sodass sie genau fünf Karten für den nächsten Zug auf der Hand hält. Da sowohl wir als auch unsere Mitspielerin zweimal am Zug waren, ist es wenig überraschend, dass mit der letzten Karte der Erzfeind nochmal am Zug ist. Nun liegt eine Karte in der Auslage aus, das heißt, diese wird abgehandelt, in dem Fall ist es ein Plan und ein Zeitmarker wird von diesem entfernt. Im Anschluss wird eine neue Karte vom Erzfeindstapel aufgedeckt und dabei handelt es sich um ein Monster. Dies hat einen Lebenswert von fünf, das heißt, dementsprechend werden Lebensmarker auf die Monsterkarte gelegt. Die Hassgeburt hat immer noch nicht vier oder mehr Wut auf sich liegen, das heißt, ihr Zug ist wieder beendet. Das Reihenfolgedeck haben wir nun einmal durchgespielt, das heißt, wir mischen dieses neue und ziehen dann von dem neu gemischten Stapel eine Karte für den nächsten Zug. Die Eins wurde gezogen, das heißt, unsere Mitspielerin ist wieder an der Reihe. Als erstes handelt sie wieder ihren Funken ab und fügt einen Schaden zu. Diesmal gibt es neben dem Erzfeind auch ein Monster als Ziel. Sie entscheidet sich, dem Monster, was fünf Lehm hat, einen Lebenspunkt abzuziehen. Sie spielt im Aktionsschritt dann drei Splitter aus, generiert drei Ätherium und erwirbt dafür einen Bernsteinkristall. Dieser hat den einmaligen Effekt bei Erwerb, dass man ihn auf das Nachziehdeck legen darf. Von ihren zwei Zaubern auf der Hand entscheidet sie sich, den stärkeren Zauber Entzünden zu binden. Die drei Splitter werden abgelegt und dann wird wieder auf fünf Karten für den nächsten Zug aufgezogen. Als nächstes darf wieder der Erzfeind ziehen. Die Auslage wird nun wieder von links nach rechts abgehandelt. Dabei wird als erstes der Plan abgehandelt, wo nun jetzt keine Zeitmarker mehr draufliegen. Das heißt, der Plan wird nun ausgeführt. In diesem Fall wird zweimal der Spezialeffekt der Hassgeburt aktiviert. Für jeden Spezialeffekt wird ein weiterer Wutmarker auf der Hassgeburt platziert. Im Anschluss wird der Plan dann auf den Ablagestapel gelegt. Danach fügen die Zornbestien ihren Ansturm durch, womit sie der Feste ein Schaden je auf der Hassgeburt liegenden Wutmarker zufügen. Unglücklicherweise wurde die Wutgrade durch den Plan auf drei erhöht. Das bedeutet, die Feste verliert drei Leben. Dies stellen wir entsprechend auf dem Lebensrad der Festung ein. Im Anschluss wird eine neue Karte vom Erzfeind deck gezogen und es ist wieder ein Plan, der einen Zeitwert von zwei mit sich bringt. Das heißt, zwei Marker werden auf dem Plan ausgelegt und wenn wir diesen verhindern wollen, muss ein Spieler drei Karten seiner Wahl von der Hand abwerfen. Da die Hassgeburt noch immer weniger als vier Wut hat, ist ihr Zug beendet und die nächste Reihenfolgekarte wird aufgedeckt. Dabei wurde erneut eine Eins gezogen, das heißt, unsere Mitspielerin ist wieder am Zug. Dieser aktiviert als erstes ihren Zauber Entzünden, der insgesamt zwei Schaden zufügt. Dabei entscheidet sie sich erneut für das Monster, welches dann zwei Lebenspunkte abgeben muss. Im Anschluss darf sie noch einen anderen Spieler wählen, der ein Energie erhält. Das heißt, wir erhalten einen Energiemarker. Sie spielt dann nacheinander drei Kristalle aus, die ihr in Summe fünf Ethereum generieren. Für zwei Ethereum entscheidet sie sich, den zweiten dunklen Riss einmal zu bündeln. Die verbleibenden drei Ethereum nutzt sie dann, um nochmal einen Bernstein zu erwerben, den sie dann wieder oben auf ihren Nachziehstapel legt. Als nächstes entscheidet sie sich, ihre Zauber zu binden und da sie auch den zweiten dunklen Riss gebündelt hat, darf sie auch hier einen Zauber binden. Die Kristalle legt sie in einer Reihenfolge ihrer Wahl auf den Ablagestapel und zieht dann wieder auf fünf Karten auf. Eine neue Reihenfolgekarte wird gezogen und wir sind jetzt am Zug. Wir haben zwei gebundene Zauber, die wir nun nacheinander ausspielen. Dabei generiert jeder Funken einen Schadenswert von eins. Diesen weisen wir jeweils den Zornbestien zu und nachdem wir unseren Schaden gewirkt haben, hat das Monster keine Lebenspunkte mehr. Das heißt, das wird dann auf den Ablagestapel des Erzfeindes gelegt. Wir haben nur Kristalle auf der Hand und entscheiden uns diese nacheinander auszuspielen. Mit den drei Splittern generieren wir insgesamt drei Ethereum, mit dem Rohdiamanten nochmal zwei und mit der Scherbe ein weiteres Ethereum. In Summe steht uns dann also sechs Ethereum im Zug zur Verfügung. Dabei nutzen wir vier, um einen weiteren Rohdiamanten zu erwärmen und für die restlichen zwei entscheiden wir uns unsere Energieleiste aufzuladen. Damit die beiden Rohdiamanten möglichst nah beieinander liegen, entscheiden wir uns diesen als erstes auf den Ablagestapel zu legen, gefolgt von den drei Splittern und der Scherbe. Wir ziehen nun wieder bis auf fünf Karten auf unsere Hand auf. Da unser Nachziehstapel nur aus vier Karten bestand, müssen wir den Ablagestapel umdrehen und von diesem noch eine Karte ziehen. Als nächstes ist dann wieder der Erzfeind am Zug. Zuerst wird wieder die Auslage abgehandelt, dabei wird vom Plan ein Zeitmarker entfernt. Im Anschluss wird eine neue Erzfeindkarte aufgedeckt und diesmal handelt es sich um einen Angriff. Dieser wird nicht ausgelegt in die Auslage, sondern sofort abgehandelt. Als erstes wird Spezial 1 aktiviert, das heißt die Hassgeburt bekommt einen weiteren Wutmarker. Nun stellt sich die Frage, ob sich zwei Erzfeind-Reihenfolgekarten auf dem Ablagestapel befinden. Dies ist der Fall, also wird nochmal zweimal die Spezialfähigkeit aktiviert. Das heißt zwei weitere Wutmarker für die Hassgeburt. Im Anschluss wird die Angriffskarte dann auf den Ablagestapel gelegt. Nun ist die Bedingung der Sonderregel der Hassgeburt erfüllt. Am Ende des Schrittes Erzfeind-Aktionen hat sie vier oder mehr Wut vor sich liegen. Das bedeutet, sie schlägt jetzt einmal zu und somit wird eine Karte vom Hassgeburt-Schlagkartenstapel gezogen. Es ist die Karte Zerstören, die als erstes der Feste der letzten Ruhe drei Schaden zufügt. Das heißt, der Lebenswert der Festung fällt von 27 auf 24. Im Anschluss müssen wir dann noch einen Spieler wählen, der einen Schaden erleidet. Dabei entscheiden wir uns, den Schaden auf uns zu nehmen. Das bedeutet, wir geben einen unserer Lebenspunkte ab und haben statt zehn Leben jetzt nur noch neun Leben auf unserem Tableau. Die Schlagkarte wird dann zurück auf den Stapel gelegt und dieser wird dann nochmal durchgemischt. Das heißt, die Karte kann uns im Spielverlauf nochmal begegnen. Im Anschluss werden dann noch drei Wutmarker von der Hassgeburt entfernt und dann ist der Zug der Hassgeburt beendet. Die nächste Reihenfolgekarte lässt uns dann als nächstes ziehen. Da wir keine Zauberkarten auf unseren Rissen gebunden haben, gehen wir direkt zu den Aktionen über und spielen drei Splitter aus. Mit drei Ethereum entscheiden wir uns, die Karte Spektrales Echo zu kaufen. Anschließend legen wir dann noch auf den beiden aktiven Rissen die Funken aus und legen im Anschluss die Splitter auf unseren Ablagestapel. Wir ziehen wieder fünf Karten auf unsere Hand auf und mischen danach das Reihenfolgedeck neu. Dabei sind wir in der nächsten Runde gleich nochmal dran. Die zwei Zauber wirken wir nacheinander, um jeweils einen Schaden zuzufügen. Da keine Monster mehr ausliegen, geht der Schaden wieder auf den Erzfeind. Das heißt, dieser reduziert seine Lebenspunkte um zwei und steht jetzt bei einem Lebenswert von 66. Im Anschluss spielen wir zwei Splitter aus, die jeweils ein Ethereum generieren und danach spielen wir einen Rohdiamanten aus, der zwei generiert. Mit unserem zweiten Rohdiamanten können wir jetzt nun zwei weiter Ethereum erhalten und durch den zweiten Absatz erhalten wir nochmal zwei, da dies nämlich der genau zweite gerade ausgespielte Rohdiamant ist. Das heißt, die Kombination der beiden Rohdiamanten generiert hier sechs Ethereum. In Summe haben wir also acht Ethereum generiert. Sieben davon nutzen wir, um sofort unseren dritten dunklen Riss zu aktivieren. Mit dem übrigen einen Ethereum können wir nichts anfangen, wir wollten aber trotzdem den Splitter auslegen, damit wir diesen nicht in den nächsten Zug nehmen müssen. Den Funken auf unserer Hand binden wir nun an den gerade aktivierten dritten Riss. Den Ablagestapel können wir jederzeit durchsehen, aber dürfen die Reihenfolge des Stapels nicht verändern. Wir können nun aber versuchen, abzuzählen, dass die beiden Rohdiamanten von uns wieder zusammengezogen werden. Dabei passt es genau, dass wir die zwei Rohdiamanten als erstes ablegen können und darauf die zwei Splitter. Für die nächste Runde ziehen wir die zwei Karten von unserem Nachziehstapel, drehen den Ablagestapel wieder um und ziehen drei Karten auf, sodass wir wieder fünf Karten für unseren Zug auf der Hand haben. Als nächstes ist dann wieder unsere Mitspielerin an der Reihe. Diese wirkt als erstes ihren Zauber auf dem dunklen Riss. Diesen muss sie wirken, den anderen kann sie optional auch liegen lassen. Das verschüttete Licht generiert dabei einen Schanspunkt, den sie dem Erzfeind zuweist. Und auch den Funken schießt sie auf den Erzfeind, das heißt, dieser verliert einen weiteren Lebenspunkt. Mit dem gerade erhaltenen 1 Ethereum von ihrem Zauber und den Kristallen auf ihrer Hand generiert sie in Summe 8 Ethereum. Davon nutzt sie 5, um ein Artefakt zu erwerben. Mit diesem kann sie nach Ausspielen sich und einem anderen Spieler einen Energiemarker geben. Daneben entscheidet sie sich mit den verbleibenden 3 Ethereum, ihren zweiten dunklen Riss sofort zu aktivieren. Die Kristallkarten legt sie in einer beliebigen Reihenfolge ab und da der Nachziehstapel leer ist, dreht sie auch wieder den Ablagestapel um. Von diesen zieht sie dann wieder fünf Karten auf ihre Hand auf und dann ist der Zug beendet. Die nächste Reihenfolgekarte lässt sie aber direkt nochmal ziehen. Sie hat diesmal aber keine Zauber auf ihren Rissen. Als erstes spielt sie dann wieder drei Kristalle aus und zwar drei Splitter. Für diese erwirbt sie die Karte Spektrales Echo und legt sie in ihren Ablagestapel. Die beiden Zauberkarten bindet sie dann noch an ihre beiden aktiven Risse und legt dann die drei Splitter wieder auf ihren Ablagestapel. Nachdem unsere Mitspielerin wieder aufgezogen hat, haben wir Glück, wir sind als nächstes am Zug. Als erstes aktivieren wir unseren Funken. Dieser fügt einen Schaden zu plus einen weiteren Schaden, weil dieser auf den aktiven dritten Riss liegt. Die zwei Schadenspunkte weisen wir nun dem Erzfeind zu, der von 64 auf 62 Lebenspunkte fällt. Im Anschluss entscheiden wir uns drei Karten von unserer Hand abzuwerfen und auf den Ablagestapel zu legen, um den Plan, der unter dem Erzfeind ausliegt, zu verhindern. Im Anschluss binden wir dann noch unseren Zauber und spielen dann noch die Scherbe aus. Diesmal entscheiden wir uns für den unteren Oder-Effekt. Wir wählen einen Spieler und wirken einen seiner gebundenen Zauber. Dabei wählen wir unsere Mitspielerin und wählen das Entzünden aus. Dieses fügt zwei Schaden zu, die wieder auf den Erzfeind gehen und danach erhalten wir wieder einen Energiemarker auf unserer Energieleiste. Die Scherbe legen wir nun wieder auf den Ablagestapel und ziehen für den nächsten Zug fünf neue Karten nach und wir haben gut geplant, unsere beiden Rohdiamanten halten wir wieder zusammen auf der Hand. Als nächstes ist nun die Hassgeburt an der Reihe. Keine Karten befinden sich in der Auslage, das heißt sie deckt direkt eine weitere Karte auf. Es ist ein Angriff, der sofort abgehandelt wird. Dieser besagt, dass sie Hassgeburt zuschlägt. Das heißt, wir handeln die ganz normalen Schlagregeln ab, ziehen also eine neue Schlagkarte vom Schlagkartenstapel. Es ist die Karte ergreifen, die von uns fordert, die zwei gebundenen Zauber mit den höchsten Kosten abzuwerfen. Da sowohl wir als auch unsere Mitspielerin nur einen Zauber gebunden haben, heißt das, unsere beiden gebundenen Zauber gehen auf den Ablagestapel. Die Schlagkarte wird dann wieder zurück ins Schlagkartendeck gemischt und danach verliert die Hassgeburt drei Wut. Als nächstes ist die Hassgeburt direkt nochmal am Zug, es liegt wieder keine Karte in der Auslage, das heißt wir decken eine neue auf. Dabei handelt es sich um einen Plan mit einem Zeitwert von zwei. Das Reihenfolgedeck wird dann wieder neu gemischt und als nächstes sind wir wieder am Zug. Das Spiel wird dabei so lange weitergespielt, bis eine Sieg- oder Verlustbedingung erfüllt ist. Gewinnen tun die Spieler, wenn der Erzfeind auf einen Lebenswert von 0 geschlagen wird oder der komplette Erzfeindstapel leer ist und sich keine Karten mehr in der Auslage befinden. Alternativ verlieren die Spieler, wenn die Festung der letzten Ruhe auf 0 Lebenspunkten steht oder beide Spieler erschöpft sind. An der Stelle beende ich die Beispielrunde mit euch und ich hoffe, ihr konntet einen guten Eindruck von dem Spiel gewinnen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich sage tschau und bis zum nächsten Mal! Ich sage tschau und bis zum nächsten Mal!